Grüß Gott und herzlich Willkommen in der Pension Wella St. Johann in Tirol. Wir, Andrea und Roland, würden uns freuen, euch bei uns begrüssen zu dürfen. Was uns ausmacht, familiär, persönlich, einzigartig. Das Glück finden sie bei uns in vielen Dingen. Wir bieten die ideale Ausgangsposition für Pisten- und Gipfelfreuden, ein grosszügiges Frühstückbuffet sowie ein leckeres Abendessen. Abwechslungsreich, saisonal und regional. Wir lieben was wir tun und leben Gastfreundschaft Tag für Tag mit Herzblut und geben unser Bestes, damit unsere Gäste ihre ganz persönlichen Japadu-Momente erleben.